Willkommen zu Recentern News am 16. Oktober 2020. Mein Name ist Alexander Benesch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Der britische Geheimdienstchef bestätigte nun die Gefahr durch weitere Viren während Covid. Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, also so seit Monaten darauf hingewiesen, dass die Bedrohungslage eben größer ist. Wir hatten in der letzten Sendung auch dann einen Schwerpunkt, biologische Waffen in der islamischen Welt, in Nordkorea und so weiter. Und generell, dass halt einfach die Informationen, die öffentlich verfügbar sind, halt super stark zensiert sind und man spricht da nicht richtig drüber. Und jetzt gab es dann eben diese Meldung in der Daily Mail, wir haben das auch verlinkt hier auf recenter.com. Und man hat dann bei keinen anderen Online-Zeitungen, also bei der BBC oder Telegraph und so, nirgendwo sonst hat man diese wichtigen Kommentare gefunden. Von dem neuen MI5-Geheimdienstchef. Und das ist schon ein bisschen auffällig. Also er hat jetzt halt eben dann so eine Rede gehalten, ganz, ganz allgemein und schwammig, halt eben dann redet über Bedrohungen und so weiter. Verschiedenste Bedrohungen, also von links, von rechts, von Russen und radikalen Islam und so weiter. Und die Daily Mail hatte eben dann die Kommentare von ihm zu biologischen Waffen. Also er meinte dann, also er meinte dann hier tatsächlich dann, wir könnten eben einen weiteren Virus sehen. Genau so sagt, also der jetzige Virus hat die Welt schon auf den Kopf gestellt und die verschiedensten Terroristen würden halt jetzt dann drüber reden, dass man das gerne wiederholen möchte. Und die Gegner Großbritanniens hätten das halt zur Kenntnis genommen, wie viel Schaden Covid angerichtet hat. Und solche Bedrohungen existieren schon längst, aber die Öffentlichkeit erhält kaum Informationen drüber. Also man spricht da eigentlich meistens fast nie über sowas. Und von Anfang an der Covid-Pandemie suchten Geheimdienste weltweit nach Informationen, ob es sich dabei bereits schon um einen Angriff handeln könnte bei SARS-CoV-2, der Krankheit Covid. Zudem wollen die Länder nun sehr vorsichtig agieren mit Maßnahmen zur Eindämmung, um Reserven zu haben im Fall eines weiteren Angriffs mit einem weiteren Virus. Das sollte nicht selbstverständlich sein, dass man sowas weiß und dass man sowas auch berichtet. Aber hier im deutschen Raum oder auch im amerikanischen Raum, man spricht da eigentlich jetzt nicht unbedingt wirklich drüber, außer jetzt halt so die Verschwörungsmedien-Influencer, die halt dann von Anfang an gesagt haben, Covid sei ein Fake von Bill Gates. Und falls es dann doch noch schlimm wird mit Covid, dann ist es irgendwie ein zweiter Virus, der dann auch von Bill Gates kommt. Aber das Problem ist, weder bei Covid noch bei einem möglichen zweiten Virus, der dann gleichzeitig kommt, weder bei dem einen noch dem anderen kannst du dann wahrscheinlich mit Sicherheit sagen, woher das gekommen ist. Das ist ja gerade das Verlocken an biologischen Waffen. Also kann man das Ganze nicht schon im Voraus framen und sagen, naja, das ist halt eben dann Bill Gates, wenn halt eben dann es einen weiteren Virus gibt. Sollte man hier ganz sicher im Hinterkopf behalten. Also man hat ja eben schon viel geredet über Bill Gates, nachweisen konnte man ihm gar nichts. Also der hat dann irgendwie sich dann beteiligt an Forschungen und Projekten und so und Pandemieplanungen. Da gab es unzählige auf der ganzen Welt, das sagt uns erstmal gar nichts. Ich traue dem Mann auch nicht, aber bisher konnte man ihm da überhaupt keinen, ja, überhaupt nichts nachweisen. Er, also dieser neue MI5-Geheimdienstchef, MI5-Geheimdienstchef in Großbritannien, er spricht halt von einer bösen Mischung von verschiedenen Bedrohungen und so weiter. Ähm, und dann wurde noch hier, dann hieß es noch Russland, also Russland sei ein Problem, China sei ein Problem, China sei ein größeres Problem. Ähm, und Mr. McCallum, der 24 Jahre beim MI5 verbracht hat und jetzt der Direktor ist, sagte, dass die Möglichkeit eines Bioterroranschlags eine Bedrohung sei, dass die, äh, dass die verheerenden Auswirkungen des Coronavirus gefährliche Ideen bei Großbritanniens Feinden auslösen könnten. Zitat, ich würde heute weder eine Botschaft übermitteln wollen, dass diese Bedrohung jetzt unmittelbar auf uns zukommt, noch würde ich eine Botschaft der Selbstgefälligkeit übermitteln wollen, dass dies nicht passieren könnte, also neither confirm nor deny. Er spricht hier ganz spannig über diese Sache. Er meinte, der MI5 habe vorausschauend geforscht und Verteidigungen gegen ein mögliches terroristisches Interesse an biologischen Stoffen und anderen Materialien aufgebaut. Eine Sicherheitsquelle fügte hinzu, Terroristen würden gerne das von Covid verursachte Chaos wiederholen. Aber der MI5 habe keine Informationen darüber, dass andere Länder zurzeit Biowaffen entwickeln. Also das heißt so viel wie, wir sagen es euch nicht, was wir jetzt an Informationen haben über andere Länder, weil das ist sehr schrecklich geheim. Und, ähm, Ken McCallum sagte, also der Geheimdienstchef, dass die Gegner Großbritanniens, ähm, in der Zukunft versuchen könnten, Waffen aus tödlichen Viren herzustellen. Und dann wurden noch andere Leute zitiert, in der Daily Mail Story, die das Gleiche sagen oder Ähnliches sagen, Hamish de Bretton Gordon, ehemaliger Kommandeur des britischen Regiments für chemische und biologische Verteidigung. Und er sagte, dass Eindämmungslabors, die mit tödlichen Krankheitserregern umgehen, polizeilich überwacht werden sollten. Er fügte hinzu, tödliche Viren könnten aus einem Forschungslabor gestohlen werden oder entkommen. Die Fähigkeit, Viren zu manipulieren, wird für Despoten, Terroristen und Menschen, die Terror erzeugen wollen, immer mehr verfügbar. Äh, McCallum sagte, seine Spione hätten zur Bekämpfung des Coronavirus beigetragen, indem sie die Forschung auf toxische Chemikalien neu ausgerichtet hätten, um herauszufinden, wie das Virus in Tröpfchenform verbreitet werden könne. Äh, medizinisch ausgebildete MI5-Geheimdienstbeamte traten ebenfalls von ihren gewöhnlichen Pflichten zurück, um den NHS zu unterstützen. Das NHS ist das Gesundheitssystem in Britannien, das halt gerade am, oder eigentlich schon die ganze Zeit überdehnt war, vor Covid schon, und jetzt halt eben dann, äh, hier schrecklich überlastet ist und nicht mehr viele Reserven hat. Also man weiß nicht genau, was sie noch für geheime Kapazitäten haben in Britannien, in anderen Ländern. Das wird man vielleicht noch sehen beim nächsten Virus. Er fügte hinzu, dass seine Mitarbeiter dazu beitragen, die Integrität der britischen Impfstoffforschung zu schützen und warnte vor russischer Desinformation, um die Glaubwürdigkeit westlicher Impfstoffe zu untergraben. Der Spionagechef sagte, der MI5 verteidige sich gegen Bedrohungen für Großbritanniens Wirtschaft, Forschung und Infrastruktur. Und er war im Vorfeld, also in der Vergangenheit, während der Olympischen Spiele in London 2012 für alle Ermittlungen zur Terrorismusbekämpfung zuständig. Also natürlich, das ist super heikel. Britische Geheimdienste, und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, man kann auch irgendjemandem einen biologischen Anschlag unterschieben für geopolitische Motive. Das kommt dann noch dazu. Also jetzt haben wir es halt eben dann vom Geheimdienstchef und die Medien wollten das nicht wirklich berichten. Ja, das heißt, Daily Mail, was wir gesehen haben, waren die einzigen. Die anderen brachten nur halt eben Berichte über diese langweilige Rede, die er da gehalten hat. Und ja, es kann vielleicht so kommen wie mit 9-11, nach dem ersten Flugzeug in den ersten Turm vom World Trade Center. Nach dem ersten Flugzeug dachte man erstmal, das ist nur ein Unfall, ein Unglück. Nach dem zweiten Turmflugzeug dachte man dann, okay, das ist kein Unfall mehr, das muss ein Anschlag sein. Und wir haben dann auf recenter.com noch so ein bisschen Hintergrund geliefert zu dem MI5, also wie der sich dann so entwickelt hat. Und wie der aus dem Adel hervorkam. Und wie man dann eben versucht hat, eben auch die Terroristen zu steuern. Also gerade in Irland und so weiter. Also da gab es dann ja so viele krasse Nummern, Operationen, die da liefen. Und dann, ja, natürlich die Zeit, wo man gegen die Deutschen spioniert hat oder halt die Spionageabwehr gegen Deutschland betrieben hat. gab es ja dieses interessante Buch, Agent Jack. So war der MI5 am Ende des Ersten Weltkrieges schon nicht nur eine Spionageabwehrorganisation, sondern auch eine vollwertige Ermittlungseinheit. Und wurde nie über Verhaftungsbefugnisse verfügte. Ausweitung dieser Rolle setzte sich nach einem kurzen Machtkampf mit dem Leiter der Sonderabteilung, Sir Basil Thompson in der Nachkriegszeit fort. Also das ist alles super gefährlich. Und wir haben es ja schon mehrfach gesehen bei den Geheimdiensten, jetzt nicht nur bei den Briten und so. Das heißt, da kommt jetzt dann, man beobachtet irgendwelche Terroristen und hat dann Informationen, dass die Terroristen an irgendeine gefährliche Sache rangekommen sind. Und dann müsste man die eigentlich lückenlos überwachen und entscheiden, wann man den Zugriff macht. Und dann gibt es immer wieder Gründe, um den Zugriff hinauszuzögern. Man will an die Hintermänner rankommen. Oder man will erst warten, bis dann die Terroristen hier dieses Geschäft abgeschlossen haben und den Virus wirklich in der Hand halten. Und wenn wir sie jetzt schon verhaften, dann kriegen wir nicht das Virus hier vom Schwarzmarkt weg und so. Und da können natürlich dann Manipulationen einsetzen aus verschiedensten Gründen. Also bei Bioterror ist das fast schon zu krass. Aber es ist immer noch denkbar, also wenn wir jetzt von gewöhnlichem Terrorismus sprechen, dann kam das schon häufiger vor, dass dann irgendein hoher Vorgesetzter von irgendeinem Geheimdienst gesagt hat, nee, wir lassen diesen Anschlag jetzt geschehen. Wir lassen den laufen. Wir brauchen das aus verschiedenen Gründen. Wir wollen an die Hintermänner rankommen oder was auch immer. Oder der Geheimdienst braucht mehr Geld. Und wenn es knallt, dann kriegen wir mehr Geld. Also das ist super heikel. Und jetzt haben wir dann, also neben diesem Geheimdienstkrieg, diesem Krieg im Schatten, Geheimdienste gegen Terrororganisationen oder gegen andere Geheimdienste, neben diesem Schattenkrieg sahen wir dann eben den Informationskrieg um Covid. Da sind wir jetzt natürlich dann auch schon seit zig Monaten dran. Und da wird halt super stark drum gefochten. Man versucht halt, also manche versuchen den Leuten halt einzureden, es sei kein wirkliches Virenproblem, es sei ein politisches Problem. Also man könnte das einfach auf der politischen Ebene behandeln, Aktivistenebene damit umgehen und dadurch eben das Problem halt irgendwie aus der Welt schaffen. Wir reden es weg, wir schwallen es weg. Und wir sahen halt verschiedene, also gerade in den letzten Wochen, wo es jetzt dann halt wieder sich mehr verbreitet hat, was ja befürchtet wurde, die Leute hocken mehr innen, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und einfach weil halt sich bestimmte Cluster gebildet haben und so weiter, jetzt gibt es halt eben dann mehr und mehr Fallzahlen. Und das ist halt für die Regierungen, verschiedenste Regierungen, auch in Tschechien, wo man gerade Riesenprobleme hat oder in Ungarn oder in Russland, vollkommen egal. Überall hast du diese massiven Probleme und es ist sauschwer der Bevölkerung, das zu vermitteln. Aber wir brauchen, wir müssen jetzt die Bars und die Pubs zumachen und wir machen jetzt hier noch verlängerte Ferien und hier so einen halben Lockdown, hier so einen halben Lockdown, weil ansonsten haben wir dann halt eine exponentielle Wachstumskurve und dann erwischt es auch wieder die älteren Leute und dann überlastet uns das Gesundheitssystem. Also es ist alles sehr mathematisch und dröge und halt wissenschaftlich und teilweise war das ja in den letzten Monaten alles noch sehr learning by doing und sehr theoretisch und das ist eben sehr schwer an die Bevölkerung zu vermitteln und das spricht halt eben dann auch sehr stark gegen dieses Szenario, was da rumgereicht wird. Es handele sich um eine Fake-Pandemie, also die Regierungen hätten sich da alle zusammen verschworen, auch die Russen und so, um ihre Bevölkerung zu drangsalieren und irgendwie wolle man die Wirtschaft crashen und dann seien die Leute wütend auf den Virus und nicht auf die Bank und die Regierung. Also das ergibt alles immer noch keinen Sinn. Klar, trauen die Leute ihren Regierungen nicht. Ich meine, nach der Wirtschaftskrise, nach der Flüchtlingskrise und Finanzkrise und so weiter und so fort. Also alle paar Jahre haben wir eine größere Krise. Ja, und in 99 von 100 Fällen ist der Fall relativ klar, okay, die Regierungen haben das verbrochen oder zum großen Teil mit verbrochen und deswegen denken halt viele momentan gerade, oh ja, jetzt haben wir eine Viruskrise, also muss die Regierung dran schuld sein, aber es kann halt eben dann was völlig anderes dahinter stecken. Blöder Zufall oder halt irgendein gezielter Angriff und es kann ein nächster Angriff kommen. Und man darf halt nicht einfach so diese Automatismen benutzen geistig. Ah, Flüchtlingskrise war es so, da hat die Merkel halt eben dann gesagt, nee, Grenzen auf. Und andere Länder haben gesagt, nö, Grenzen zu. Aber jetzt bei Covid wuscheln sich alle Länder gleich durch, haben alle Länder in etwa das gleiche Problem. Und man, oder mit der Wirtschaftskrise, ja, mit der Wirtschaftskrise, da, da, du hast halt gesehen, nach so einer Krise gibt es halt eben so einen großen Schub, so einen Boost, so einen Push für halt alternative Medien, spezifisch Verschwörungsmedien, wie auch immer man sie nennen möchte und so weiter. Also nach 9-11 gab es halt so eine Boomphase und dann hat sich das wieder im Sande verlaufen, weil halt eben dann die Qualität so schlecht war. Dann 2008 mit der Wirtschaftskrise gab es auch wieder einen riesen Boom für die alternativen Medien. Das hat sich dann auch im Sande verlaufen, genauso wie mit Occupy Wall Street und so. Dann kam die Flüchtlingskrise 2015, das gab eben so einen Boost, so einen Schub hier für alternative Medien und der ist inzwischen auch versandet und jetzt haben wir halt eine Covid-Krise und jetzt hoffen halt eben dann alternative Medien wieder auf so einen Boost, auf seinen Schub. Teilweise kann man das sehen, also es gibt ja ständig irgendwelche neuen Influencer, von denen du letztes Jahr noch nie was gehört hattest und die halten alle die Hand auf und sagen, gebt mir Spenden, weil ich kann euch die Pandemie wegschwallen. Wir kriegen da Millionen Leute in Berlin auf die Straße in die Demo und dann stürzen wir gleich noch die Merkel und geben uns eine neue Verfassung und dann wird halt das Blaue vom Himmel runter versprochen. Aber das ist halt alles überhaupt nicht so das ist alles nicht so groß und so toll, wie das halt eben dann den Leuten verkauft wird, nicht mal ansatzweise. Und bisher haben wir es immer gesehen, es gibt einen Push für alternative Medienaktivismus und dann verläuft das wieder im Sande und so wird das wahrscheinlich laufen mit Covid. kann jetzt nochmal richtig übel werden im Winter und dann so gegen Sommer wird es vielleicht dann wieder ruhiger und dann im Herbst oder sowas, dann werden sich halt viele ältere Leute impfen und dann gibt es vielleicht dann keine richtigen Lockdowns mehr, halt noch so ein bisschen Massenpflicht und Abstand und so, aber dann geht es halt wie gewohnt weiter. Es gibt halt die Bailouts und so weiter und dann gibt es keinen Wirtschaftscrash und dann versumpft und versickert wieder dieser Aktivismus. Ja, und die Leute warten dann auf die nächste Krise. Und ich habe in meinem neuesten Buch Tiefste Geheimnisse der Supermächte Band 4 Herrschafts- und Widerstandstechniken eben genau erforscht, wie das funktioniert, warum eben dann teilweise Aktivismus auch gefördert wird und gepusht wird, auf eine gewisse Art und Weise, dass er halt nichts bringt. Und jetzt gab es dann in den letzten Wochen einige krasse Fakes, also richtige Fakes aus den alternativen Medien zu Covid. Und dann gab es halt noch, also da wird halt mit Fakes gearbeitet, dann wird halt teilweise auch dann verwiesen auf Forschung, die aber auch recht heikel ist. Ja, das heißt, jetzt gab es dann diese neue Ioannidis-Studie, der Typ hatte ja dieser Dr. John Ioannidis, der hat ja von Anfang an, kam der mit einer Studie ganz früh und hat dann geschlussfolgert, laut seiner Studie ist das alles total harmlos. Und da haben sich Leute drauf, Leute haben sich dann drauf gestürzt und gesagt, jetzt ist es bewiesen, es ist eine Fake-Pandemie, weil dieser Dr. John Ioannidis das so gesagt hat. Und dann bekam Ioannidis halt auch Ärger wegen der Qualität, wegen der mangelnden Qualität seiner Studie oder halt wegen der Arbeitsweise, dann wurde er nachkorrigiert und so. Und es gab dann unzählige andere Studien. Ja, und die Covid-Maßnahmen-Gegner, die haben sich halt immer so die rausgepickt, die das Risiko halt möglichst, möglichst niedrig angesetzt hatten. Und dann hat sich halt bei dem größeren Gesamtbild der Studien, hat sich halt dann so rausgestellt, okay, es ist wahrscheinlich eine Infektionssterblichkeit von 0,6, 0,7, 0,8. Woanders kann es 1% Todesrate sein, je nachdem, wie viele alte Leute die haben in dem Land. Wir haben ja recht viele in Deutschland. Und dann hängt es aber davon ab, wie ist das Gesundheitssystem, wie schnell ist es überlastet und so. Also es ist ein schwankender Wert. Und dann hat jetzt dieser, und an diesen Werten oder generell an dieser Forschung, da hängt man ja die Maßnahmen auf, weil man eben dann sagt, okay, laut dem Gesamtbild der Forschung ist halt nun mal ein gewisses Risiko da und wir können das jetzt nicht riskieren, dass wir einfach das so laufen lassen und irgendwie nur die älteren Leute einsperren und dann hoffen wir aufs Beste, weil diese ganze Herdenimmunität-Theorie bei Covid, das ist ja alles sehr, sehr wackelig. Und dann gibt es eben die Leute, die sagen, nö, wir finden da immer irgendwo eine Studie, die das Risiko viel niedriger einschätzt. Und aufgrund dieser einzelnen Studien argumentieren wir, dass es überhaupt keinen Grund gibt für diese halben Lockdowns und ganzen Lockdowns und Maßnahmen und Masken. Und manche, die leugnen das halt dann komplett. Also das heißt, diese ganze Pandemie ist eine völlige Luftnummer, komplett erfunden. Und jetzt haben wir halt eine neue Studie oder sogenannte Metastudie von Dr. John Ioannidis. Und er schätzt jetzt halt die Infektionstödlichkeitsrate für alle Altersgruppen auf 0,23%. Zum Vergleich, die saisonale Grippe tötet etwa 0,1% aller Infizierten. Andere Zahlen sprechen von 0,05. Das ist auch immer sehr schwierig. Das wird dann meistens geschätzt, wie viel die Grippe halt eben dann tötet. Und außerdem, was man dazu noch sagen muss, Covid infiziert wahrscheinlich viel, viel mehr Leute als jetzt die saisonale Grippe. Man weiß halt, wie es nicht ansteckender ist. Muss man auch dazu sehen. Also er sagt jetzt 0,23%. Und manche nehmen das jetzt her, um zu argumentieren, es gäbe dadurch keinen signifikanten Grund für irgendwelche Maßnahmen. Ioannidis bekam in Stanford Schwierigkeiten, weil er angeblich die Letalität des Coronavirus drastisch unterschätzt hat, weil er schlampig gearbeitet hätte. Seine neueste Arbeit wurde bereits von anderen Wissenschaftlern kritisiert. Sie sagen, er habe Zahlen aus ihren Studien falsch verwendet und ungeeignete Populationen benutzt, um diesen Wert zu ermitteln. Also das haben wir ja schon gehabt bei der Heinsberg-Studie und bei zig anderen Studien, wenn du halt, wenn du die Gruppe halt eben dann auswählst, die du testest und dann versuchst du dann zu ermitteln, wie viele haben dann oder hatten schon mal Covid, wie viele haben Antikörper und wenn man eben nicht die richtige Gruppe auswählt, dann kann man die Ergebnisse nicht hochrechnen auf die ganze Bevölkerung. Da kommt ein Käsewert bei raus, der uns nicht viel sagt. Also Ioannidis tut so, als hätte er diese ganzen anderen Studien ausgewertet, aber die Macher von diesen anderen Studien meckern und sagen, nee, der Ioannidis, der hat uns da schlecht zitiert oder unsere Sachen falsch verwendet. Die Ergebnisse, also es waren dann noch andere Ärzte dazu, Dr. Yayanta Bataharia Ioannidis und Dr. Aaron Ben-David. Also die Arbeit wurde schnell kritisiert. Einige Experten kritisieren den von den Forschern verwendeten Antikörper-Test, der von der US Food and Drug Administration nicht zugelassen war. Andere sagten, da die Freiwilligen über Facebook rekrutiert wurden, seien die Teilnehmer weder zufällig noch repräsentativ für den Bezirk. Darüber hinaus lag der Rohprozentsatz der Personen, die positiv auf Antikörper getestet wurden, bei 1,5 Prozent, damit deutlich niedriger als der von den Forschern veröffentlichte Endprozentsatz. Einige Wochen später wurde die Revision mit dem Hinweis veröffentlicht, dass die geschätzte Infektionsrate am unteren Ende ihrer ursprünglichen Vorhersagen lag. Experten sind sich noch nicht darüber einig, wie tödlich das Virus exakt ist. Die WHO sagt, 0,6 Prozent, die Covid bekommen, sterben insgesamt. Wissenschaftler haben jetzt diesen Konsens insgesamt, dass die Krankheit hauptsächlich ältere Menschen angreift, eine große Gefahr darstellt für Leute über 60 und dann über 70. Dann die britische Einrichtung SAGE, also die jetzt halt eben dann auch rummacht mit den ganzen Lockdowns und so. Diese britische SAGE hat den Infektionssterblichkeitswert geschätzt auf 0,5 Prozent. Akademiker der Universität Oxford errechnen maximal 1,4 Prozent. Das schwankt halt. Dann viele Länder geben halt keine richtigen Zahlen raus. China zum Beispiel, da wissen wir halt nicht unbedingt so genau, was der Sache war. Also dann werden halt Antikörperdaten verwendet. Wissenschaftler mahnen zur Vorsicht bei der Verwendung dieser Daten, da unklar ist, wie lange die Antikörper tatsächlich im Blutkreislauf verbleiben, bis eine Infektion abgeklungen ist. Einige Studien deuten darauf hin, dass Patienten, die nur leichte Symptome ertragen, Symptome haben kaum nachweisbare Mengen, davon produzieren. Gideon Meyerowitz-Katz, Doktorand der Epidemiologie in der Universität Wollongong, Australien, sagte, die niedrige Infektionsrate, die Ioannidis ermittelt hat, sei einfach eine Folge der schlechten Qualität der Überprüfung selbst und habe sehr wenig mit dem Zeitpunkt der Schätzungen zu tun. Zitat, Interessanterweise zitiert Ioannidis unsere Studie, aber die Zahlen sind falsch. In unserem kürzlich erschienenen Paper schätzen wir in der Tat 0,68% Tödlichkeit, also fast 0,7% Tödlichkeit. Bedauerlicherweise seien solche Fehlrepräsentationen von Ioannidis kein Einzelfall. Er fügte hinzu, es gibt auch noch deutliche numerische Fehler, die aus früheren Versionen der Studie übrig geblieben sind. Bei weitem der größte Fehler im Text liegt schlicht und einfach in der Verwendung eindeutig ungeeigneter Stichproben zur Schätzung der Bevölkerungsprävalenz. Dies ist ein grundlegender Fehler in einem Paper und wirklich so etwas wie ein grundlegender epidemiologischer Fehler. Meyerowitz-Katz fügte hinzu, einige dieser Studien sind einfach so eindeutig ungeeignet, eine Bevölkerungsschätzung abzuleiten, dass sie nicht wirklich erklärt werden muss. Stichproben von einem einzelnen Unternehmen in einer Stadt oder von stationären Dialyseeinheiten. Es sind auch viele Studien aus Orten enthalten, in denen mit ziemlicher Sicherheit eine enorme Unterzahl von Todesfällen zu verzeichnen ist, zum Beispiel Indien, wo die offiziellen Todesfälle möglicherweise erheblich unterschätzt werden. Und dann haben wir noch den Doktorand an der Universität Würzburg, Fabian Bötzel. Der sagte dann, er kann nicht verstehen, wie Dr. Ioannidis zu seinen Zahlen kam, weil es nicht wirklich im Manuskript beschrieben ist. Universität Stanford sagte in einer Erklärung, was die Preprint-Antikörperstudie betrifft, so haben wir derzeit keine Aktualisierung. Also Stanford ist nicht happy. Die WHO sagte in einer Erklärung, wir haben das aufgenommen von Ioannidis in das Bulletin der WHO. Das soll halt ein Teil der Diskussion sein, aber das ist nicht unbedingt die Ansicht der WHO. Also jetzt nur, weil die WHO das halt eben dann in dieses Bulletin reingepackt hat, heißt das noch nicht, dass die WHO jetzt ihren totalen Segen gibt an diese Ioannidis-Studie und dass Ioannidis jetzt halt eben dann irgendwie bewiesen hätte, dass halt Covid ähnlich harmlos sei wie eine Grippe. Also das ist ja immer der Slogan, den halt bestimmte Leute da immer verbreiten möchten. Ja, nur eine Grippe, nur eine Grippe, nur eine Grippe. Ja, und dann, also, dann kam ein ziemliches Fake, also das ging dann rum auf Social Media, wir haben es dann auch schon mehrmals gelesen gehabt, ein ehemaliger Funktionär von der Pharmafirma Pfizer. Ja, dieser Funktionär hätte dann gemeint, die zweite Welle jetzt, das seien fast alle so zur Hälfte oder fast komplett nur falsch positive Ergebnisse. Und da haben Leute halt eben dann gesagt, ja, wenn es dieser Typ, wenn der Typ mal bei Pfizer gearbeitet hat, dann wird der ja wohl Recht haben, ja. Und, ähm, und dann ging das Ganze halt so im Laufschritt halt eben sehr schnell durch Social Media durch und Leute haben dann schon wieder gesagt, ja, seht her, es ist bewiesen und, und, und dann hat man die Sachen alle zusammen genannt. Ja, der Ioannidis hat das jetzt bewiesen, die WHO hat eine Kehrtwende gemacht bei Lockdowns, was, was nicht der Fall ist. Und jetzt das mit diesem Ex-Pfizer-Funktionär. Also Dr. Michael Yeadon, zwischen 50 und 90 Prozent meinte er, der Ergebnisse jetzt seien nicht echt. Ja, das sind alles falsch positive Testergebnisse. Im Endeffekt hat dieser Pfizer-Typ einfach nur einen irreführenden Artikel im Netz aufgeschnappt und die Inhalte verbreitet. Das Ganze geht schon auf den Juli zurück, als der Professor Carl Hannigan, Direktor des Zentrums zur Evidenz-basierten Medizin an der Universität Oxford, einen Artikel veröffentlichte mit dem Titel Wie viele Covid-Diagnosen sind falsch positiv? Und wenn man zu kleine und vor allem nicht repräsentative Testgruppen verwendet in einer Beispielrechnung, erhält man absurd hohe Werte für falsch positive Testergebnisse. Aber das sagt uns ja nichts. Also das heißt, die Falsch-Positiv-Rate für Coronavirus-Tests beträgt weniger als ein Prozent. Einige PCR-Tests sind sogar sehr gut. Es gibt aber auch falsch negative Testergebnisse. Tests haben eine Sensitivität von 80 Prozent, mindestens 80 Prozent. Was bedeutet, dass einer von fünf Personen mit Coronavirus, die sich testen lassen, gesagt wird, dass sie gesund sein. Also sie haben auch falsch negative Ergebnisse. Also fünf Leute machen einen Test. Das heißt, fünf Leute machen einen Test. vier davon kriegen halt das Ergebnis, du hast Covid und einem sagt man, du bist gesund, aber der Typ ist dann gar nicht gesund. Weitere Faktor bei der Berechnung ist die sogenannte Prävalenz, also wie weit die Infektion in der Allgemeinbevölkerung verbreitet ist. Da wird halt eben einfach nur geschätzt. Das heißt, nimmt man eben so einen ganz, ganz geringen Schätzwert, diese 0,11 Prozent der Bevölkerung, nimmt man diesen geringen Wert, der nicht wirklich die Realität abbildet und verrechnet ihn mit der Fehlerquote, erhält man einen hohen Anteil falsch positive Ergebnisse. Sam Watson, Dozent an der Universität Birmingham, erklärte gegenüber Huffington Post UK eine Beispielrechnung, die mit der Realität, eine Beispielrechnung, die dann mit der Realität nicht viel zu tun hat. Also er sagte, stellen Sie sich vor, 1000 Menschen kommen zum Testzentrum und nur eine Person hat Covid. Diese eine Person hat einen positiven Test. Wenn die Falsch-Positiv-Rate bei 1 Prozent der verbleibenden 999 Personen liegt, dann erhalten Sie von diesen 999 Personen weitere 9 positive Tests. Jetzt haben Sie also 10 positive Tests, aber nur einer von denen hat wirklich Covid, sodass 90 Prozent der positiven Tests eigentlich kein Covid haben. Und deswegen haben Leute eben gesagt, bis zu 90 Prozent falsch-positive Ergebnisse in die zweite Welle sei Fake. Aber die Leute machen eben den Fehler, dass sie für die Prävalenz des Coronavirus in der getesteten Bevölkerung halt eben den falschen Wert hernehmen und man nimmt zu wenig Leute heran, die falschen Leute heran für die Berechnung. Nimmt man für die Berechnung Leute her, die Symptome aufweisen, also wahrscheinlicher Covid haben, stellt die Zahl der echten Positiven, die der falschen Positiven um 16 zu 1 in den Schatten. Also diese Falsch-Positiv-Ergebnisse spielen dann gar keinen großen Wert mehr. Wenn du die Hälfte von den Testprobanden Symptome hattest, bei einer Stichprobe von 100 Personen die Zahl der falsch-positiven Ergebnisse so gering, dass sie gar nicht erst auftauchen. Man weiß auch aus anderen Gründen, dass steigende Fallzahlen nicht auf falsch-positive Ergebnisse zurückzuführen sind. Die Rate der falsch-positiven Ergebnisse bleibt konstant. Es sei denn, die tatsächliche Testmethode ändert sich, was aber nicht der Fall ist. Außerdem wäre die Anzahl der falsch-positiven Testergebnisse in ganz Großbritannien einheitlich. Wenn sie durch falsch-positive Testergebnisse erhöht würde, was nicht der Fall ist, es gibt Cluster. Die Krankenhauseinweisungen aufgrund des Coronavirus sind auf dem höchsten Stand seit Juni in Britannien. Sie gehen nicht, also die Leute gehen nicht mit einem falsch-positiven Ergebnis ins Krankenhaus, sondern sie gehen ins Krankenhaus, wenn sie merken, sie können nicht mehr richtig atmen. Ja, das heißt, also da wird teilweise wirklich mit Fakes gearbeitet, dann mit Bad Science oder was halt dann viele Wissenschaftler als Bad Science betrachten und immer wird dann halt der Whistleblower-Helden Status verliehen an denjenigen, der halt dann das sagt, was manche Leute gerne hören möchten. Also Ioannidis sei jetzt der gute Whistleblower-Held und die anderen seien alle nur böse und gemein oder halt jetzt dieser Typ von Pfizer, der halt dann sowas aufgeschnappt hat im Netz, der sei jetzt der gute, tolle Whistleblower und alle anderen seien nur gemein und böse und so weiter. Aber so einfach ist das halt einfach nicht. Und dann hatten wir jetzt diesen Donald Trump vertrauten republikanischer Ex-Gouverneur Chris Christie von New Jersey, der arbeitet immer noch an der Kampagne von Donald Trump und der hat sich Covid eingefangen und der lag sieben Tage auf der Intensivstation. Der ist auch ein bisschen übergewichtig, er ist halt 60 Jahre alt, knapp. Und er hat dann eben dann gemeint, ja, wir haben halt immer, also er verteidigt sich halt so ein bisschen, er sagt, wir haben halt immer gedacht, wir sind in einer sicheren Zone, weil halt ständig dann Tests gemacht werden, weil einfach dann die Leute ständig getestet werden und man und man befindet sich halt dann befindet sich halt dann in der Gemeinschaft von Leuten, die ständig getestet werden. Also trug er dann keine Maske und er hat sich eingefangen, landete sieben Tage in der Notaufnahme, nicht in der Notaufnahme, in der Intensivstation und dann meint er eben, niemand sollte halt eben dann unbekümmert reagieren, wenn er infiziert wird oder sowas, also es war ein Seitenhieb gegen Trump, für den er eigentlich arbeitet. Also Trump kam glimpflich davon und hat dann halt groß aufgedreht, oh, er hat Covid besiegt, er ist der Tollste, er ist der Beste und das sei ja alles easy gewesen und die tollen Medikamente und so weiter und so fort, aber so einfach ist es halt dann eben nicht und er sagt halt hier, also Chris Christie sagt, er hofft, dass die Leute die CDC-Richtlinien befolgen, Maske tragen und so weiter und so fort. Er sagte, er hatte Unrecht, selbst in einem umstrittenen Wahljahr müssen wir dem amerikanischen Volk die Wahrheit anvertrauen, ich glaube, dass diese beiden Schritte unser Land zusammenbringen können, während unsere Pharmaunternehmen die Therapeutika und Impfstoffe erfinden, die uns von dem Virus befreien werden. Also wir werden mal sehen, momentan sieht sie an den Umfragen immer noch sehr schlecht aus für Trump, es müsste schon irgendein Wunder passieren, dass Trump gewinnt und wenn dann die Democrats im Weißen Haus sitzen, dann ja, werden wir halt sehen, wie es dann weitergeht mit der Propaganda, also ob die Republicans dann immer noch so das Framing, die Democrats sind die Bösen, die halt dann das Land einfach nur dicht machen wollen, ja, weil sie irgendwie blöd sind oder böse sind und die Republicans seien die Guten, die das Land gerne öffnen möchten, also dieses simple schwarz-weiß, dieses simple schwarz-weiß-gut-böse-Schema, das man den Leuten andreht. Und jetzt halt dann in Deutschland die Diskussion, ja, gibt es einen neuen Voll-Lockdown und dann haben jetzt halt dann die Verschwörungs-alternativen Influencer halt gesagt, ja, definitiv, irgendwie am 8. November käme jetzt der neue Monster-Lockdown, eigentlich hat man das ja angekündigt, glaube ich, für Anfang September, hieß es dann, aufgrund von unseren Quellen oder von irgendjemandem, irgendjemand kennt jemanden, wissen wir ganz genau, dass irgendwie am 1. September der neue Lockdown kommt und dann kam der halt nicht. Und dann hieß es im Netz, ja, das hat man verschoben. Also egal, was passiert, irgendwie drehen sich die Leute dann doch irgendwie wieder hin und jetzt haben wir halt neue Maßnahmen in Deutschland, weil halt eben dann die Zahlen halt dann immer höher gehen, also waren es 2.000 am Tag, Fälle dann 4.000, 6.000 und bla, bla, bla. Wir haben gerade mal so 9.000 Intensivbetten übrig, wir haben 9.000 Intensivbetten übrig für 17,5 Millionen Menschen im Land, die besonders gefährdet sind, weil sie halt älter sind und andere Risikofaktoren haben. Und dann hatten wir jetzt diesen wirtschaftsweisen Bofinger, der meinte dann, ja, wir kommen schon klar mit Bailouts und wirtschaftlich, wir kommen damit schon klar, wir könnten sogar einen zweiten Lockdown aushalten. Also ich bin kein Bofinger-Fan, der ist ja ein ganz großer Fan von der amerikanischen Notenbank und dieser Schuldenmaschinerie. Er sagt halt eben dann auch, man sollte halt eben einen komplett Lockdown vermeiden, sich halt irgendwie durchwursteln, wie jedes andere Land auch. Also man rechnet schon mit einem Plus von 35% bei den Insolvenzen, aber er sagt, das Bankensystem käme damit fertig. Das Bankensystem würde damit fertig werden. Also er promovierte mit einer Arbeit über Währungswettbewerb, eine systematische Darstellung und kritische Würdigung von Friedrich August von Hayek's Plänen zu einer grundlegenden Neugestaltung unserer Währungsordnung. Also das heißt, er ist schon mal vertraut mit halt eben dann Währungswettbewerb und dass man halt das Ganze nicht so zentralisieren sollte auf eine Währung und die dann halt rummanipuliert werden kann. Aber das ist halt bei der Wirtschaftskrise vor über zehn Jahren war es halt so, man hat den Politikern die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, wenn ihr jetzt nicht den Bailouts zustimmt, dann fliegt uns alles um die Ohren. Und jetzt heißt es halt eben dann, ja, wenn wir jetzt nicht dann diese Maßnahmen ergreifen, dann fliegt uns alles um die Ohren. Es sind aber zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Ein Virus, der auftaucht, ich spreche seit 15 Jahren über biologische Bedrohungen, das ist was ganz anderes als jetzt eine Bankenkrise oder eine Flüchtlingskrise. Das ist eine völlig andere Kategorie und man kann da nicht so reflexartig reagieren und sagen, das muss ein Fake sein und wenn die Regierung oder wenn die Wissenschaftler das sagen, dann muss das Fake sein. So einfach ist das nicht. Also wir haben jetzt noch, wir haben noch 9000 Intensivbetten und wir werden wahrscheinlich dann Patienten übernehmen aus Tschechien, aus der Tschechischen Republik und von diversen anderen Ländern, die halt dann überlastet sind, die überladen sind. Das heißt, wir kriegen dann halt deren Patienten noch. Frage ist, wie lange. Und dann haben wir hier auf recenter.com nochmal geschildert, was eine Intensivabteilung überhaupt ausmacht. Also halt spezielle Fachkräfte und mehr Leute und Zusatzqualifikationen, mehr Equipment, mehr Ausrüstung. dann das nur durch eine Schleuse rein, aufwendige Verfahren, wenn die Patienten halt intensiver behandelt, daher natürlich auch der Name. Also so viele Reserven hat Deutschland dementsprechend nicht mehr. Dann Russlands Gesundheitsminister erklärt, man hätte nur noch 20.000 unbelegte Betten in Reserve, also insgesamt Betten. Also gewöhnliche Betten. Er meinte, er meinte, man hätte noch ein paar Tausend Intensivbetten frei. Also der russische Gesundheitsminister Mikhail Muraszko sagt ja am Donnerstag auf dem Höheport, also wir haben jetzt 182.000 Betten organisiert, von denen momentan 162.000 genutzt werden. Die restlichen 20.000 Betten befinden sich im Bereitschaftsmodus, können jede Minute genutzt werden. Also es ist nicht viel Reserve. Gegebenenfalls müssen halt dann andere Krankenhäuser Covid-Patienten aufnehmen oder man baut oder man aktiviert wieder Behelfskrankenhäuser. Also er sagt, 2800 Patienten mit Covid befinden sich jetzt in ganz Russland auf Intensivstationen, man hätte aber noch ein paar tausend Intensivbetten frei angeblich. Die Frage ist, wer kriegt die? Wohlhabende Bürger oder halt eben dann gewöhnliche Bürger, die schon ein bisschen älter sind? Also man kann sich dann vorstellen, wie das in Russland abläuft, ja wenn dann entschieden wird, wer kriegt dann den Intensivplatz und wer nicht. Insgesamt schwankt die Zahl der, also es heißt dann, ähm, äh, also es heißt halt, dass man, dass halt 65 Prozent der Covid-Patienten haben jetzt keine krass schweren Verläufe und über 286.000 Patienten stehen in Russland wegen der vermuteten neuartigen Coronavirus-Infektion unter ärztlicher Beobachtung. Ist auch ein Haufen Holz. Berichtet der Presse-Dienst des föderalen Dienstes zur Überwachung des Schutzes der Verbraucherrechte und des menschlichen Wohlergehens am Donnerstag. Also fast 300.000 stehen unter Beobachtung. Ähm. Dann der Iran steckt in größten Schwierigkeiten, die Währung rutscht ab, Krankenhäuser laufen voll. Also, wie gesagt, es wird halt immer schwerer und schwerer halt eben dann für Leute diese, diese Hoax-Fake-Hypothese da zu verbreiten, wenn halt überall Land unter ist. Also bei einer Gesamtbevölkerung, also der, bei einer Gesamtbevölkerung von etwas mehr als 80 Millionen Einwohner hat der Iran bis Dienstag mehr als 500.000 beschädigte Fälle, 30.000 Todesfälle, also man schätzt die wahre Zahl der Fälle viel höher. Äh, Rouhani befürchtet sogar millionenfache Fälle. Niedrigste Stand aller Zeiten für die Währung. Ähm. Islamische Republik Iran ist nach wie vor das am härtesten betroffene Land in der Region des Nahen Ostens. Anfang des Jahres war es das erste Land, das nach der Entdeckung des Virus in Wuhan neben Italien Zeugern des größeren Ausbruchs war. Also Geldwechselstuben in Teheran verkauften den US-Dollar am Sonntag zu 315.000 Rials, verglichen mit 32.000 Rials zum Zeitpunkt des Atomdeals des Iran mit den Weltmächten im Jahr 2015. Berichtet AP und dann, ähm, in der Zwischenzeit haben die iranischen Führer den Vereinigten Staaten die Schuld dafür gegeben, dass sie die Auswirkungen der Pandemie ernsthaft verschlimmert haben, indem sie das Land im Wesentlichen in Ruin getrieben hätten mit Sanktionen, während es bereits am Boden liegt. In mitten der Covid-19-Pandemie wird das US-Regime unsere verbleibenden Kanäle zur Bezahlung von Lebensmitteln und Medikamenten sprengen, twitterte Außenminister Javad Zarif letzte Woche. Die Iraner werden diese Letzte der Grausamkeiten überleben. Beschuldigte Washington der Verschwörung, die iranische Bevölkerung in einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit auszuhungern, schwor, dass die Schuldigen und Ermöglicher, die unser Geld blockieren, Gerechtigkeit erfahren werden. Ups. Das US-Finanzministerium hat dann weitere Sanktionen angekündigt, darunter gegen 18 Banken. Und dann hier, der Leiter der iranischen Coronavirus-Taskforce warnte, die Krankenhäuser sind überfordert im Iran. Wir hatten in den vergangenen sieben oder acht Monaten nicht diesen Grad der Verschlechterung erlebt wie aktuell. Einige Krankenhäuser sind voll und nicht in der Lage, neue Patienten aufzunehmen. Das sagte Massoud Mardani gegenüber der Financial Times. Eine Fortsetzung dieses Trends könnte zu einem auffälligen Anstieg der Zahl der Todesfälle führen. Also die wuscheln sich genauso durch wie alle anderen auch. Mit Ach und Krach. Ja, und dann haben wir eben den Wahlkampf in Amerika und wir haben jetzt halt eben dann gesehen, Trump liegt immer noch sehr, sehr weit hinten. Trump liegt immer noch sehr, sehr weit hinten und jetzt haben die Democrats dann teilweise mehr Geld ausgegeben für Wahlwerbung als die Republicans. Und jetzt hat dann dieser Casino-Milliardär Sheldon Adelson mit krassen Verbindungen und so weiter, Sheldon Adelson nochmal 75 Millionen Dollar in die Trump-Kampagne gepumpt. Und es wurde jetzt mehr oder minder zugegeben, die Republicans brauchen die QAnon-Leute als Wähler-Klientel. Also 75 Millionen Dollar jetzt für die Trump-Kampagne. Insgesamt Adelson hat schon 176 Millionen Dollar gespendet 2020. Und jetzt ist halt diese QAnon, dieses QAnon-Klientel ist halt ein Wählerblock für die republikanische Partei. Das heißt, einerseits wird es halt reihenweise gelöscht jetzt auf Social Media. YouTube löscht das jetzt reihenweise. Facebook löscht es ja auch schon. Twitter löscht es schon. Aber also und Teile von den Republicans verurteilen halt dieses QAnon-Gedankengebäude, aber manche von den Republicans, die fördern halt dieses QAnon-Gedankengebäude, weil man braucht die Wähler. Also in den letzten Jahren einige ältere Wähler der Republicans sind halt eben dann verstorben, wegen Alters. Man braucht die jüngeren Leute als Wähler und deswegen die jüngeren Leute hocken vorm Computer und lesen halt dieses QAnon-Zeugs. Also Trump sagt ja jetzt aktuell, ja, er weiß nichts über QAnon und er weiß sehr wenig und bla bla bla. Also manche Republikaner flirten halt mit diesem QAnon-Zeug. Bedeutende Republikaner und Leute aus dem Trump- Orbit sind bei Veranstaltungen mit QAnon-Anhängern aufgetreten. Vor allem hat niemand die Unterstützung von Kandidaten speziell wegen ihrer Affinität zu QAnon zurückgezogen. Also man hält sich die Leute da warm, das haben wir auch schon den Leuten gesagt, dass das der Fall ist. Dann haben wir den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der hustet bei öffentlichen Veranstaltungen und räuspert sich ständig. Man versucht das immer halt nicht zu zeigen, halt immer wegzuschneiden zu irgendwas anderem, zum Publikum oder an irgendeinem Sprecher, damit Leute nicht sehen, dass halt der der große Führer da in China, dass der halt vielleicht jetzt krank ist, vielleicht mit Covid. Und ja und die Chinesen sagen jetzt halt, sie werden jetzt gut damit umgegangen, also sie hätten das Virus im Griff. Und man behauptet, die Wirtschaft, die Wirtschaft Chinas hätte das auch ganz gut vertragen, was ja eigentlich dann die Chinesen noch ein bisschen verdächtiger aussehen lässt, als sie eh schon aussehen. Soll heißen, soll heißen, es wird ja immer noch ermittelt, gerade von amerikanischen Geheimdiensten, ob das ein Laborunfall war, was ja immer noch einer der Hauptszenarien ist, oder vielleicht ein gezielter Angriff. Das kann auch ein ziemliches Nachspiel haben. Und dann sahen wir jetzt noch bei den amerikanischen Wahlen jetzt halt eben noch so ein, ja so ein letztes Aufbäumen hier von Rudy Giuliani und dieser, diese Geschichte mit Joe Biden und dessen so ein Hunter. Ja, es war bekannt, Hunter Biden hatte ein Drogenproblem, das jetzt hat irgendwelche Laptops von Hunter Biden aufgetaucht und halt tonnenweise E-Mails und so und ja, also man sieht jetzt schon, er hat irgendwie anhaltend, also er hat wirklich ein Drogenproblem gehabt, vielleicht hat das jetzt immer noch, er versuchte halt da so ein bisschen rumzumauscheln über seinen berühmten Vater mit dieser Burisma-Firma in der Ukraine und so. Aber letztendlich war er dort bei Burisma zusammen mit Leuten von der CIA und das betrifft ja die nationale Sicherheit der USA. Man will halt die Ukraine unabhängiger machen, was Energie anbetrifft von Russland, also kannst du da nicht so tief reingehen in die Thematik, weil das halt eben dann die nationale Sicherheit berührt und du kannst das eben nicht so ausführlich von Wahlkampf benutzen. Ich meine, Trump hatte ja Schwierigkeiten bekommen wegen diesem Telefonanruf, wo er halt eben so eine Drohung ausgestoßen hat. Wenn ihr nicht das so macht, wie wir wollen und gegen die Bidens ermittelt oder so, dann gibt es diese Militärhilfe nicht. Und dann gab es ja Entsetzen überall im Nationalen Sicherheitsrat der USA über Trumps Telefonanruf. Und auch Leute aus Trumps Umfeld, Leute aus den Republicans, die sind da auch unterwegs gewesen in der Ukraine und haben dann solche Sachen gemacht. Und dann versickert halt eben dann Geld und das wandert vielleicht in schwarze Kassen für die Geheimdienste. Und man will halt eben dann diese Korruption so nicht aufdecken. Man kann das auch nicht, weil das ja eben dann die geheimen Operationen berühren würde. Und deswegen kommt da jetzt nicht sonderlich viel raus anscheinend oder bisher. Mal schauen, ob jetzt aus den Laptops irgendwas Größeres rauskommt. Aber ich würde mir da jetzt nicht so große Erwartungen machen. Also dass da jetzt irgendwie diese Fotos und Bilder, dass da jetzt mordsviel passiert. Ich meine, es ist auch interessant zu sehen, Rudolf Giuliani, der ehemalige New Yorker Bürgermeister bei 9-11. Total suspekte Figur. Nur der, dieser Giuliani wird jetzt halt dann hier überall erwähnt in alternativen Medien, also gerade Infowars und so. Obwohl Infowars genau weiß, wer Giuliani ist. Also da, ähm, äh. Also das ist halt typisch dieses parteiische Geplänkel, Infowars. Die wissen ja eigentlich auch, dass das Establishment beide Parteien besitzt. Aber jetzt lässt man es halt so aussehen, als gäbe es die Guten und die Bösen. Ähm, und diese, ähm, ja, es gäbe es halt die Guten und die Bösen. Ja, man spricht jetzt nicht über Donald Trumps Korruptionen und Donald Trumps Probleme und seine Steuern und so. Äh, das, da sprechen die Linken drüber, sondern die Rechten sprechen jetzt halt über Biden, aber die Rechten sprechen nicht über Trumps Probleme. Und das ist halt einfach, äh, das ist halt so typisch. Und dann wurde diese Story in der New York Post dann noch irgendwie mal kurzzeitig gesperrt auf Twitter, weil die haben irgendwie so eine Policy gegen Artikel oder gegen gehacktes Material. Also das wurde ja letztendlich dann auch irgendwo Grauzone beschafft, dieses Material jetzt. Und, ähm, dann gab es auch nochmal eine Aufregerei, aber ich meine Giuliani, ähm, also Trump wurde gewarnt von den US-Geheimdiensten, dass Giuliani nicht so genau weiß, was er da eigentlich treibt in der Ukraine, weil er suchte dann irgendwelche Quellen und Dokumente und so. Und dann sagten die Geheimdienstler zu Donald Trump, ey, pass mal auf deinen, deinen Anwalt auf Giuliani, ähm, der lässt sich da anfüttern von irgendwelchen, anfüttern von irgendwelchen russischen Agenten oder russischen Assets. Und das, ähm, und das ist halt heikel. Also bitte nicht irgendwie alles glauben, was der Giuliani dir erzählt, weil sonst machst du eine Öffentlichkeit, ein Statement und das hat halt eben negative Konsequenzen. Also die Warnungen an Trump basierten auf mehreren Quellen, ja, auch abgehörte Kommunikationen und so. Ähm, und Trump zog dir mit den Schultern und sagte, ja, das ist halt Rudy, der wuschelt da halt einfach rum und so. Aber auf Rudy Giulianis Drängen machte ja Trump überhaupt erst diesen fatalen Telefonanruf mit der Ukraine und das brachte ihm einige Schwierigkeiten. Also haben wir ja Rechtsexperten, auch die Rechtsexperten von Fox News, wie dieser, ähm, Andrew Napolitano, die haben ja auch gesagt, das ist vielleicht sogar impeachable, also vielleicht wegen diesem Telefonanruf, dieser Erpressung oder, oder, äh, Trump versucht sich da einen Wahl, einen Vorteil zu verschaffen, hier durch diese Erpressung, Vorteil für die nächsten Präsidentschaftswahlen, also, riesenärger. Ja. Ähm, Joe Biden hat öffentlich zugegeben, selbst Druck auf die Ukraine ausgeübt zu haben, ein Ermittler loszuwerden, der hinter seinem Sohn her war, aber bislang hat er Giuliani nichts großartig zeigen können. Äh, Bidens Sohn Hunter ist der CIA extrem nahe, also Yale, NED, Koffer Black, dieser Koffer Black Typ, der auch bei Burisma war und so. Ähm, und Giuliani bekam dann sogar eine gerichtliche Aufforderung, Akten herauszurücken, also gibt es vielleicht sogar Ermittlungen gegen ihn. Giuliani war mitverantwortlich für fatale Entscheidungen im Vorfeld von 9-11, machte hinterher ein Vermögen und log gegenüber der offiziellen Untersuchungskommission. Zusätzlich wurde er geehrt mit einem Rittertitel von der britischen Königin Elisabeth der Zweiten. Mitte April 2018 schloss sich Giuliani dem Anwaltsteam von Präsident Trump an, das sich mit der Sonderuntersuchung von Robert Mueller über die russische Einmischung bei den US-Wahlen 2016 beschäftigte. Also, Giuliani ist jetzt bestimmt nicht der Held und der Gute und so, ähm, aber wie gesagt, manche Leute haben da einfach keine Hemmungen mehr, die haben da einfach keine Hemmungen mehr und sie pushen halt alles, was sie denken, was irgendwie Trump irgendwas nützen könnte. Und die, äh, und man sieht halt alternative Medien, das ist alles so vereinnahmt worden von halt reichen, oder einflussreichen amerikanischen Kreisen und einflussreichen russischen Kreisen. Also du hast ja eben schon eine scheinbare Vielfalt, Blogs und Social Media und Website und YouTube und, und andere Plattformen, scheinbare Vielfalt, aber das ist alles, die ganzen Meinungen sind alle sehr, sehr ähnlich und alle sehr vorgefertigt von den Supermächten und das ist halt eben eine Riesengefahr, weil jedes Mal, wenn eine neue, größere Krise kommt, dann, ähm, verläuft sich so der Aktivismus im Sande, es kommt nichts wirklich bei raus, also ob jetzt Trump gewinnt oder nicht, das macht für das amerikanische Empire keinen großen Unterschied, ähm, und die Leute bleiben da mit leeren Händen stehen und bei jeder Krise haben sie wieder ein bisschen mehr Schaden, ja, nicht so viel auf einmal, dass die Leute jetzt durchdrehen, sondern halt immer so viel, dass die Leute mehr oder minder passiv bleiben. Also das ist schon so eine Sache, die man, die ich hier, eine Sache, die ich hier gründlich erforscht habe in meinem neuen Buch, Tiefste Geheimnisse der Supermächte, Band 4, Herrschaft zum Widerstandstechniken, das ist, ähm, etwas, was ich jedermanns Herz legen, was ich jedermanns Herz legen möchte. Ähm, also die, wie gesagt, diese, diese Biden-Story ist interessant, wir haben auch immer wieder darüber berichtet, über die Bidens, aber so ergiebig ist das vielleicht dann halt eben dann doch nicht mehr. Ähm, es gab Überlegungen, private, ausgewählte private Sicherheitsdienste in Deutschland mit hochheitlichen Berechten in Deutschland auszustatten, also falls die Polizei nicht mehr reicht für halt irgendwelche Maßnahmen und die Bundeswehr hat ja auch noch ein Kontingent von 15.000 Mann bereit, ähm, falls das nicht reicht, könnte man halt eben dann Sicherheitsfirmen, ausgewählte hernehmen, wo das Personal halt nicht sonderlich gut bezahlt wird und die kriegen dann hoheitliche Rechte, also polizeiähnliche, manche polizeiähnliche Rechte in Deutschland. Das ist allerdings nur ein Vorschlag, das ist so auf Halde, also das ist jetzt nicht etwas, was jetzt definitiv passieren wird. Ich meine, manche reden immer noch von einer großen Corona-Diktatur, für die das Personal fehlt, das auch mit privaten Sicherheitsdiensten so einfach ist, das dann eben nicht. Ähm, also so einfach ist das halt eben dann nicht. Wir waren gespannt, wir haben immer gesagt, naja, vielleicht holt man sich dann so, also Firmen wie G4S oder sowas von den Briten. Ähm, das kann durchaus, das kann durchaus sein, dass das halt irgendwann mal ausgeweitet wird. Man verwischt halt eben dann die, verwischt die Unterschiede zwischen staatlich und privat. YouTube hat jetzt dann auch noch angekündigt, man wird hier rigoros vorgehen gegen Desinformationen oder Falschinformationen zu dem, äh, zu den neuen Impfstoffen gegen Covid, die da jetzt halt eben dann irgendwann mal bald kommen werden. Und, ähm, einerseits ist es halt so, man, ähm, man fürchtet halt Desinformationen von den Chinesen, von den Russen zum Beispiel, dass halt, ähm, dass halt einfach ausländische Mächte hier nur mehr Ärger und Wut erzeugen wollen. Das ist ja auch das, was man halt eben dann sieht bei Covid-Aktivisten, die halt ständig dann wütend sind, ähm, und, und sich da reinsteigern in diese, äh, Masken-Debatte zum Beispiel oder in irgendwelche anderen Teilaspekte. Und, ähm, und man, man pusht halt die Unzufriedenheit und man pusht halt die Wut, ohne dass den Leuten halt wirklich dann vermittelt wird, was man da jetzt eigentlich dagegen tun kann, gegen die, oder was man jetzt eigentlich dann tun sollte, ja. Wir haben ja keine richtige, keine richtige wirkungsvolle politische Opposition in Deutschland, ja. Die AfD rutscht jetzt so auf knapp unter zehn Prozent ab. Und diejenigen Influencer, die pro-russischen Influencer, die jetzt auch hier so über Covid halt eben dann so viel Unsinn verbreiten, genau diese Influencer haben ja die mitgeholfen, die AfD auf extrem rechts zu drehen, damit halt dann 90 Prozent in der Gesellschaft damit nichts mehr anfangen können. Und die waren sich so sicher, die waren sich bomben sicher wegen dem Höhenflug, dass, dass wir Kalbitz brauchen und Höcke brauchen und das und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt ist das Ganze so eine Rohrkrepiere. Und man fürchtet halt natürlich dann mehr Desinformation und YouTube sagt ja dann, wir löschen halt eben dann Desinformationen über, über die neuen Impfstoffe. Die Frage ist, was ist mit legitimer, kritischer Berichterstattung über die neuen Impfstoffe? Also da bin ich mal gespannt, wie das, wie das ausgehen wird. Wir haben ja unsere recenter Tube, unsere eigene Videoplattform. Das heißt, wir, ähm, äh, wir haben da auch unsere eigene Infrastruktur. Ähm, allerdings denke ich mal, dass YouTube halt eben das Gesicht wahren will, dass man halt eben dann nicht alles wegzensieren will, was kritisch ist, sondern wirklich bloß dann den, den groben Unfug, weil so funktioniert halt eben dann die Masche für YouTube halt eben dann besser, als wenn man jetzt halt eben dann einfach nur verbietet, verbietet, verbietet. Und umgekehrt hieß es dann aus Russland, Russland will Widerspruch gegen Massenimpfungen der Bevölkerung verhindern. Also die haben wirklich gesagt, wir impfen 70 Prozent unserer Bevölkerung. Wir impfen 70 Prozent unserer Leute. Und die russische Nachrichtenagentur TASS meldet, es sei nun die Hauptaufgabe halt eben dann von russischen Behörden, einen Dissens, also Unzufriedenheit, Ablehnung gegenüber einem Coronavirus-Impfstoff zu verhindern. Also du darfst ja in Russland gar nicht meckern gegen die Maßnahmen, also nicht wirklich Aktivismus machen gegen die Maßnahmen, sonst kriegst du ja eins auf den Deckel unter diesen ganzen neuen Gesetzen, die da dieses Jahr eben da, dieses Jahr verabschiedet wurden. Ja, wir haben darüber berichtet. Das war ziemlich krass. Also wenn du da Covid-Aktivismus machst, wenn du Covid-Aktivismus machst in Russland, kriegst voll eine auf den Deckel, voll die Strafe. Und jetzt gab es halt auch eben Hinweise darauf, dass halt dann Geheimdienste versucht haben, hier Impfstoffforschung zu stehlen. Und jetzt kommt die nächste Stufe, die Impfstoffe werden auf den Markt gebracht und man will krass eben dann verhindern, dass halt unliebsame Informationen ans Tageslicht kommen. Also die Russen sind bisher in Umfragen nicht begeistert von den angekündigten Impfstoffen und die Russen fürchten sich halt vor Agitprop aus dem Ausland oder der auf das Ausland zurückgeht. Wenn also dann zum Beispiel dann, was sich die CIA oder wer auch immer, sich dann einlässt mit der russischen Opposition so ein bisschen und halt eben dann Unzufriedenheit schürt in Russland. Davor hat die russische Regierung Angst und deswegen halt eben auch diese drangsalierenden Gesetze. Ja und das ist halt eben das Unfähre. Hier können, hier können bei uns können Russen-Propagandisten immer noch krassesten Agitprop machen, aber umgekehrt, in Russland darfst du gar nichts. Und wir haben jetzt irgendwie gesehen, dass Russia Today, Russia Today erwähnt irgendwie Boris Reitschuster, der ja eigentlich Kreml-Kritiker ist oder war, weil der jetzt so eine Studie in Auftrag oder so eine Meinungsforschung in Auftrag gegeben hat, dass Angela Merkel halt eigentlich sehr unbeliebt ist und nicht beliebt. Und irgendwie hätten halt die Massenmedien da kein Interesse gezeigt liegt an halt dieser Story und der Umfrage und jetzt kommen halt die Russen-Medien und sagen, oh, die westlichen Massenmedien unterdrücken diese Meldung hier von Boris Reitschuster. Und das ist halt eben dann seltsam zu sehen, dass einer der ehemaligen größten Kreml-Kritiker, dass der jetzt halt eben dann halt eben so eine Erwähnung findet durch Russia Today und dass er jetzt dann irgendwie, glaube ich, bei dieser Konferenz der alternativen Medien war und das halt eben dann jetzt auch eher dann, glaube ich, mit diesen Fink-Medien rummacht und Max Otte interviewt, der ja auch dann indirekt halt für eine Partnerschaft mit den Russen wirbt. Und das ist dann, und die Medien von Boris Reitschuster, das ist halt genau dieses Crowd-Pleasing, wovor ich immer warne. Also man erzählt halt eben einem gewissen Zielpublikum, was es hören will. Covid sei halb so wild, alles fake, alles Bullshit und die bösen Linken, die bösen Linken, die bösen Linken und halt dieses übliche Links-Rechts-Denkenmuster. Und das ist halt eben dann heikel. Also man sieht Reitschuster, also als er noch so ein Kreml-Kritiker war, da war er halt eben dann zu soft gegenüber dem Westen und jetzt ist er halt auf so eine, auf diese Standard-Neurechte-Schiene gegangen und irgendwie erwärmen sich die Pro-Russland- Leute langsam für ihn. Und da sieht man wieder, wie kontrolliert das eigentlich ist, ob es den Leuten bewusst ist oder nicht. Ja, wie kontrolliert diese Medienlandschaft das? Also wenn dann, was ich dann, so die einschlägigen Verdächtigen hier in Deutschland, die bündeln sich halt dann und klinken sich an die AfD dran und so weiter und so fort und wollen halt eben dann die Narrative steuern. Und das ist halt eben dann gefährlich, wenn halt eben dann so ein kleiner Klüngel dann irgendwie die Meinungen vorgibt und sagt, okay, wir positionieren uns jetzt so und so und alle anderen müssen sich dann auch so positionieren. Die AfD muss sich so positionieren. Und das ging ja so schief mit dem Rechtsstrahl hier bei der AfD und hier Moskau. Moskau kann Bars schließen und Dinge schließen und sie sagen, wir wollen auch einen harten Lockdown verhindern. Wir verlängern die Schulferien oder haben schon die Schulferien verlängert und so. Und genau solche Sachen versuchen jetzt halt eben dann auch die, genau solche Sachen versuchen jetzt halt eben dann auch die Briten. Verlängerte Ferien und so weiter und so weiter und so weiter. Also Covid bleibt ein Problem. Es ist ein Virusproblem. Es ist nicht nur ein politisches Problem, was du mit politischem Agaprop irgendwie lösen kannst. Es ist ein Virusproblem und wir sehen halt, dass jetzt halt manche Influencer bekamen halt einen Boost, einen Schub durch diese Krise, ähnlich wie halt vor Jahren bei der Flüchtlingskrise oder bei der Wirtschaftskrise. Es gibt so einen Boom, aber der wird sich halt eben dann irgendwann auch wieder verlaufen, weil das Establishment halt eben dann diese Viruskrise dann bewältigt mit Lockdowns oder mit Teil-Lockdowns, mit Bailouts und dann wuschelt man sich halt eben dann wieder durch und man kocht die Leute eben langsam weich. Kommen wir zu den, zu, was die Leute schreiben hier in den Kommentaren, Zuschauer, Zuhörer, Leser. Hier schreibt Christian, hier schreibt Christian, dass halt jetzt mehr getestet wird und deswegen hätten wir halt eben dann mehr positiv Getestete. Es sind allerdings nur wenige Prozent aller vorhandenen Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt, was verschwindend gering ist. Na ja, erstens mal darfst du nicht nur Deutschland angucken, sondern musst halt eben die globale Pandemie anschauen. In anderen Ländern geht es halt viel mehr Chaos an den Hotspots, mit den Krankenhäusern und den Notaufnahmen. Und wie gesagt, wir haben nur ein paar tausend Betten Reserve in den Intensivstationen, andere Länder haben nur ein paar tausend übrig. Russland hat nur ein paar tausend übrig. Du kannst halt nicht sagen, ja, weil es bisher glimpflich war, wird es nie glimpflich werden und wir bräuchten jetzt diese Maßnahmen alle nicht. Also da wird es halt immer dann sehr schnell sehr falsch und das macht für die Eliten keinen Sinn, eine Fake-Pandemie zu machen. Es gibt viel, viel cleverere Ideen. Hier schreibt Groove, dass in Russland tatsächlich viele Kranke eingeliefert werden, kann sein, kann auch genauso Fake sein. Keine Übersterblichkeit, soweit ich das überblicke. In Staaten ohne Maske haben auch keine. Also trotzdem kann es da einen künstlichen mutierenden Erreger geben, aber die Kliniken sind leer und so weiter und so weiter. Was die offiziellen Stellen sagen, auch in Russland kann genauso gesteuert werden. Also es ist, ich kann sagen, es ist höchst, höchst unwahrscheinlich, dass die da eine Pandemie faken in Russland und Millionen Arbeitslose jetzt riskiert haben und die könnten das alles so faken und so. Das ist einfach super, super implausibel. Übersterblichkeit, Übersterblichkeit wurde immer wieder gemessen. Es ist halt allerdings bisher, weil die Pandemie noch sehr jung ist und keiner so eine Kristallkugel hat, deswegen gab es halt bisher noch keine Riesenschwankung, die jetzt über halt gewöhnliche Schwankungsniveaus halt eben dann hinausgehen, aber das heißt halt eben dann nicht, dass wir jetzt mit ein paar tausend Intensivbetten klarkommen, ohne Maßnahmen und dann 17,5 Millionen ältere Menschen in Deutschland damit irgendwie schützen könnten und so. Das ist einfach unrealistisch. Hier schreibt Space Investor, Viren werden in den nächsten Jahren zu einem immer größeren Bedrohungen werden. Ich sehe Corona nur als ein vergleichsweise harmloses Vorspiel. Neben CRISPR spielt hier die computergeschützte Entwicklung von Viren eine Rolle. Zellen werden irgendwann komplett auf dem Rechner simuliert und mit Millionen verschiedenen Virenmutationen können dann potenzielle Angreifer die gewünschten Kandidaten finden. Wenn Corona ein Angriff war, dann kommen auf jeden Fall weitere Wellen. So wird auch die Panik in der Politik besser verständlich. Es ist wirklich interessant, also ein interessanter Punkt, dass man halt mit Computern und Superrechnern halt eben dann Proteine falten kann, virtuell und halt eben dann rumrechnen kann. Spike-Proteine und ähm, also es ist natürlich dann eine super, super hohe Gefahr für biologische Waffen. Ähm, super gefährlich. Sion schreibt hier, Möhrlein, kann der Alex nicht illustrieren und sich kürzer fassen? Naja, es war sowieso ein Ausschnitt aus einer längeren Sendung, also wenn sie da mal, wenn sie sich ein Bild verschaffen wollen über die Welt, dann braucht es halt manchmal ein bisschen Zeit. Ähm, es geht schneller, also meistens geht es schneller, wenn die Leute einfach dann lesen, also einen Artikel lesen, Bücher lesen. Leute lesen halt ungern, lassen sich dann das irgendwas erzählen und vorlesen auf YouTube, aber das dauert halt meistens dann länger, als wenn man es selber lesen würde. Äh, dann, ja, ich würde Johannes schreibt, jetzt deine Zweifel in allen Ehren, aber es gibt keine neuen Symptome, keine Übersterblichkeit, keine Ehrlichkeit der Medien, Postulate wurden nicht eingehalten, PCR-Test ist reine Willkür und so weiter und so falsch, also, also und so weiter und so falsch in den Kommentaren, also das ist halt eben die komplette Leugnerposition, nichts wird zur Kenntnis genommen, ähm, schon gar nicht, also auch nicht die Existenz von diesem Virus SARS-CoV-2, weil man halt nicht diese eine perfekte, ähm, elektronenmikroskopische Aufnahme bekommt, also wurde ja bei sich anderen Viren auch immer hier kritisiert, dass es halt diese perfekte Aufnahme nicht gibt und deswegen seien halt diese, äh, ich koch schon Postulate nicht erfüllt und deswegen könne man nicht davon ausgehen, dass dieser Virus wirklich existiert. Also schön vorsichtig sein, ja, mit solchen, mit solchen Argumentationen, also die unzählige Labors auf der ganzen Welt arbeiten an Viren, mit Viren, Biowaffen mit Viren und so, das sollte man ernst nehmen. Ähm, dann fragt Yornporn, könnte ich mal die Quellen zu ungewöhnlichen Folgeschäden von Covid sehen, weil es gibt auch andere Krankheiten, heißt es hier mit Folgeschäden. Das ist klar bekannt, dass auch andere, ähm, Krankheiten halt zu chronischer Müdigkeit führen können und an Lungenschäden und Herz-Kreislauf-Schäden, aber Covid ist halt einfach dann nochmal eine Nummer härter und wer weiß, was Leute da im Labor irgendwo noch basteln. Ähm, also dann, ähm, Also dann schreibt hier jemand, das sind immer die gleichen, das sind immer die gleichen Kommentare, also das heißt dann, ja, laufen denn die Krankenhäuser schlimmer voll als in anderen Jahren, ähm, sind das einfach nur falsch positive PCR-Tests oder halt Getestete, die halt keine Symptome haben und so weiter und so weiter und so weiter. Aber es ist leider so, dass in zig Ländern die Situation schlimmer wird und man einen Kollaps des Krankenhaussystems vermeiden will. Ähm, und irgendwann ist Covid vorbei, also irgendwann ist Covid vorbei, seitdem es kommt ein zweiter Virus und dann kommt irgendwann die nächste Krise. Vielleicht mit Nordkorea oder vielleicht ist der nächste Virus die nächste Krise. Dann hier schreibt noch jemand, ähm, schreibt jemand über den militanten Islam, ohne Geheimdienstunterstützung kriegen die keine ernsthaften Anschläge hin. Ein Biowaffen-Virus, das praktisch nur sehr alte und schwer chronisch Vorerkrankte tötet, ähm, und so weiter und so weiter. Also, ich würde nicht die islamische Welt unterschätzen, ähm, also vor allem die etablierten islamischen Staaten und so, die haben wirklich sehr, sehr viele Experten und sehr, sehr viele schlaue Leute, die, ähm, Biochemie beherrschen und Gentechnik beherrschen und da kann schon natürlich dann was gefährliches bei rumkommen. Ich meine, wir haben es ja gesehen bei, beim islamischen Staat oder sowas, da, da gab es bisher sichtbar noch keine richtig krassen Waffen, die sich da, die sich da beschafft haben, anscheinend, aber ich meine, die meisten Informationen dazu sind ja eben auch geheim. Also, wenn wir wahrscheinlich wüssten, was da alles schon, schon los, schon, schon rumging. Ähm, dann, 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 ist halt hier schreibt, hier schreibt Weltfremd über die Unehrlichkeit, also die feigen Mitläufer, die jeden Mist nachbeten, verlogene Opportunisten, die doofe Masse, ähm, gibt auch keine liberale, wirklich ernstzunehmende liberale Partei im Bundestag, also, ja, also, ähm, Informationen zu verarbeiten, also, das ist, ähm, wenn es jetzt um die Supermächte geht, um die Regierungen geht, es geht vielen Geheimdiensten mit rein, darüber lernt man halt nichts in der Schule, viele Leute, ähm, merken halt den Gruppendruck, also, die merken dann schon, bei denen und den Leuten, da kann ich jetzt irgendwie keine Covid- Maßnahmenkritik anbringen, oder hier fühle ich mich wohler, oder hier muss ich Covid-Maßnahmenkritik oder krasse Covid-Leugungen betreiben, ansonsten werde ich da irgendwie verstoßen und ausgestoßen. Also, die Leute versuchen halt dann, die Leute versuchen halt irgendwie dann zu reagieren, zu reagieren meistens nur, nicht zu agieren, zu reagieren, aber das, dieser Aktivismus ist halt eben dann so stark gesteuert, Informationen sind so stark gesteuert. Ich meine, muss ich euch auch vorstellen, praktisch alle von diesen, praktisch alle von den Covid-Maßnahmenkritikern, den vehementen und diesen kompletten Leugnern, die beziehen sich irgendwie praktisch alle auf Bhakti, alle auf Ioannidis, bezogen sich praktisch alle auf Wodarg, ähm, haben in etwa alle eigentlich die gleichen Argumente, sie zweifeln alle die Tests an, sie zweifeln die Toten, äh, die Toten seien keine Covid-Toten, ähm, dann bringen sie alle oder brachten sie fast alle eigentlich diese Fakes von wegen, die WHO hätte jetzt gesagt, es sei so harmlos wie die Grippe oder die WHO hätte ihre Haltung zu Lockdowns plötzlich geändert, ähm, oder man verwendet halt reihum dieses, diesen, diesen Typen von Pfizer, der halt eben dann gemeint hat, die ganzen, die zweite Welle, das seien alles nur falsch positive Tests. Also, ähm, es ist eine starke, starke Gleichschaltung und es war eine sehr aggressive, hochaggressive Kampagne von Anfang an, äh, und es ist halt eben dann auffällig, dass halt gerade die Russen-Propagandisten, so die Federführenden waren bei dieser Kampagne, dass halt Covid angeblich Fake sei. Und gleichzeitig sichern sich halt die Russen ab, äh, die russische Regierung ab mit neuen Gesetzen. Du darfst nicht über Covid-Fake-News reden oder Falschinformationen reden und darfst nicht mal diskutieren über falsche Nachrichten oder sowas. Das ist, das geht einfach nicht auf, das geht einfach auf keine Kuhhaut, meine Damen und Herren. Ähm, und jetzt hört man eben auch schon Stimmen in den Massenmedien, ähm, dass halt auch im November, wenn jetzt halt dann, falls jetzt halt eben dann Joe Biden die Wahlen gewinnt, deutlich gewinnt, dass es halt keinen Wahlkrimi gibt, dann wird halt Donald seinen Posten räumen, ja, dann gibt's jetzt vielleicht ein bisschen Nachzählgeplänkel und so, juristisches Geplänkel, aber dann wird halt gegebenenfalls Trump seinen Posten räumen und das war's halt dann mit Donald Trump. Und es war's halt dann mit dieser neurechten, äh, Trendwelle, die wird schon irgendwie fortgesetzt werden, aber, ähm, das, was die Leute sich davon erhofft hatten, das ist definitiv nicht eingetreten. Also dieser große Hype von 2016, äh, wo wir von Anfang an gesagt haben, Vorsicht, dass, ähm, Donald Trump ist gefährlich und er ist sehr Establishment und, und die Leute, äh, werden halt einen Haufen Aktivismus machen, der nichts bringt. Und jetzt sehen wir halt dann, jetzt sehen wir halt dann, wie diese ganzen alternativen Medien, also auch so klassische Verschwörungsmedien, dass die einfach dann nur noch Trump-Werbung machen. Mal kurz gucken, was Infowars aktuell bringt, ähm, mal gucken, was Infowars aktuell bringt, ja, überholt Hunter-Biden-Story, Zensur auf Twitter, äh, irgendwas mit Trump, Migranten, ähm, dann, äh, hier ein Banken-Insider spricht über die satanische Agenda, heißt es hier, im Zusammenhang mit Covid-19, also man verbatzt dann halt eben dann alle möglichen Themen miteinander. Aber, ähm, es gibt nach wie vor zehn Szenarien hinter Covid, finden das Näheres auf recenter.com, wie gesagt, wir bleiben natürlich an dem Thema dran, wir bleiben an allen möglichen anderen Themen dran. Ich meine, ich habe ja während Covid eigentlich, ähm, ein komplett neues Buch geschrieben, oder fast komplett neues Buch, es sind ein paar Sachen drin aus den letzten 15 Jahren, die halt sich um das Thema drehen, Aktivismus und wie, wie das ruiniert wird und wie das manipuliert wird. Also ich habe dann eben, ähm, hier Forschung gebracht über Herrschafts- und Widerstandstechniken, warum die Leute immer mit leeren Händen dastehen und sich nie was verändert und die Leute immer den gleichen Aktivismus machen und, äh, ich empfehle Ihnen das Buch, schauen Sie rein, shop.recenter.com, shop.recenter.com, tiefste Geheimnisse der Supermächteband 4, Herrschafts- und Widerstandstechniken. Also das sollte so eine Basis sein, wenn Leute hier Aktivismus betreiben wollen oder sich irgendwie politisch beteiligen wollen, ähm, so als Grundlage, so als Fundament, ansonsten sind die Leute einfach zu leicht einzufangen. Also das ist, wenn man es zuschneidet auf das Zielpublikum, lässt das Zielpublikum sich einfangen. Das ist auch bei den Verschwörungsmedienkonsumenten so, wenn man etwas auf eine gewisse Art und Weise aufbereitet, dann fallen die in aller Regel drauf rein, ähm, und lassen sich damit reinziehen und das ist echt, echt nicht gesund. Ähm, Sie finden eine Reihe an neuen Sachen im recenter Shop, also wir haben neue, äh, Kleidung aufgenommen, neue Bücher, also auch der geführte von mir, ausländische Geheimdienste im Dritten Reich. Das habe ich, glaube ich, auch dieses Jahr, dieses Jahr habe ich dann eine ältere Version von einem Buch, grundlegend erweitert und upgedatet. Das ist dann der geführte ausländische Geheimdienste im Dritten Reich. Äh, ganz, ganz wichtiges Buch, vor allem für Deutschland, vor allem, wenn sie konservativ sind, vor allem, wenn sie, äh, konservative Werte befürworten und, ähm, und sich viel von der AfD erhoffen. Lesen Sie der geführte ausländische Geheimdienste im Dritten Reich. Das ist super, super wichtig. Das, was die Leute glauben da draußen, das, was da draußen so rumgeht als, ähm, Rechtsrevisionismus, vieles geht zurück auf die Geheimdienste und es war halt ursprünglich als Falle gedacht gegen die Deutschen. Ähm, dann, ja, wie gesagt, wir empfehlen den Leuten, kaufen sie Legacy Premium Food, kaufen sie BPER Notrationen, also das sollte so ein Standard sein für die Leute. Du weißt nie, was passiert, du weißt nie, was als nächstes kommt. Ähm, nächste Viruskrise oder mit Nordkorea oder weiß der Geier, irgendeine nächste Krise kommt bestimmt. Und, ähm, man sollte halt dann nicht sich die ersten zwei Wochen oder fünf Wochen oder sechs Wochen auf den Start verlassen müssen. Also wenn der Großstadt lebt und der Strom geht nicht mehr oder die Klospülung geht nicht mehr und wo kriegst du dein Trinkwasser her und so, ähm, und deine Vorräte und so weiter und so fort. Also da, da hält man sich lieber aus dem Ärger raus und greift auch seine Vorräte zurück. Wir haben auch gerade Rabatt auf Kleidung bis zum 18., einschließlich 18. Oktober 2020. Sie müssen sich vorstellen, wir sind ein kleines, kleines Familienunternehmen, ähm, das hier, das hier wirklich herausragendes leistet. Das heißt, wir schreiben nicht einfach nur ab, was gerade im Trend liegt und so weiter, sondern wir machen richtige Forschungen. Wir haben da richtig, richtig krasse Durchbrüche gehabt. Ähm, und diese Durchbrüche verändern deine gesamte Herangehensweise an Politik und Ideologien und Aktivismus. Ähm, das heißt, ähm, wenn du versucht, Crowdpleasing zu machen, wenn du versuchst, dich einzuschmeicheln bei der Zielklientel, ähm, das, das, da bewegst du dich immer weiter und weiter und weiter von der Realität weg. Und die Leute haben ja so wenig Vertrauen in die Massenmedien, dass sie dann, ähm, teilweise fast alles glauben, was in alternativen Medien rumgeht und du kannst den Leuten halt wirklich deinen Bären aufbinden. Also Legacy Premium Food im Shop, wie sagt man sich der Dauerbrenner dieses Jahr und der Hersteller hat seine Kapazitäten verdreifacht. Ähm, würde ich ihm nur eindringlich empfehlen. Falls sie noch keins haben, natürlich ein recenter, ein recenter TV-Ticket, ein Abo, äh, 2020 Weltkrieg oder Weltregierung, mein Buch über die Zuspitzung von den Supermächten. Es gibt auch das recenter Megapaket, da kriegen sie ein paar Bücher, ähm, zusammen, gibt es auch, also es gibt auch so ein Megapaket mit einem Abo. Äh, wenn sie einen Karton kaufen, BPER Notration, zwölf Kilogramm. Zwölf Kilogramm kriegen sie einen recenter Bonus dazu, also halt eben dann, ähm, gleich drei Monate recenter TV-Abo oder eines meiner Bücher. Dann haben wir jetzt noch das neue Buch Happy Hashimoto. Da geht es um die Schilddrüse. Ist auch ein Riesenproblem für viele Deutsche. Ähm, und so weiter und so weiter. Also Sie können sich hier durchklicken durch den recenter Shop. Wir haben, äh, so eine Ausrüstung, Kleidung, Vorräte, Gesundheitsartikel, Bücher und, 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 und. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Ich danke für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich. Ich danke für die Aufmerksamkeit, für die Aufmerksamkeit, für den